Herzlich Willkommen zu einer Folge von Space Engineers und heute ja mal gucken was wir so machen. Ob man es gehört? Hoffentlich nicht. Die Straße ist immer wieder laut, erschrecklich. Der hat gerade irgendwo hingefeuert. Mal gucken. Radar anzeigen? Stimmt, ich wollte in die Richtung fliegen. Gott. Wollen wir so langsam? War das vorher auch schon so? Ach du Grüne. Boah, ist das Ding langsam? Hm. 39% Energieverbrauch geht ja eigentlich. Das ist eigentlich null Problem. Hm. Hm. Bin ich so gerade? Müsste ich eigentlich, ne? Okay, ich nehme an Gebirge, ich nehme Geschwindigkeit ab. Warum eigentlich? Wenn ich jetzt so f... Moment. So vielleicht? Ich werde ja mal langsamer. So? Ah, jetzt wird es schneller. Okay. Da war ich gerade wahrscheinlich zu schräg. Ähm... Da richtig krass. Okay. Ich bin immer noch extrem schräg, an und für sich. Oh. Aber ich halte mich an der Stellung. Ähm... Denk ich, äh, klopft. Äh, das ist ja schon... Krass. Hm. Hm. Meine CPU. Äh, ich benutze übrigens jetzt auch das neue Aufnahmetool. Also nicht ein neues Aufnahmetool, aber eine bessere Version von... Teil X. Nicht Teil X. DxTory, so rum. Weil jetzt alles mit D beginnt. Äh... Ne? Hallo? Es kann gerade nichts weiter. Ich bewege mich. 0,2... Ne, das war gerade nur... Schiss. Äh... Vorher habe ich ja immer benutzt. Äh... Vorher habe ich ja... Vorher habe ich ja immer die, 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 ähm... Na, wie sagt man es? Eine Uhr benutzt, um halt die... Boah, ich komme nicht hoch. Äh. Ich hänge da fest manchmal. Ähm... Also eine Uhr benutzt, um hier meine... Zeiten festzuhalten. Festzulegen und so. Und jetzt... Ist das integriert. Voll cool. Ganz oben links sehe ich halt... Ähm... Und nicht nur das. Ich bemerke jetzt auch, dass, äh, hier... Weil ja... Ich weiß halt, dass meine... Meine Grafikkarte eigentlich relativ... Eigentlich ist die relativ gut. Nur für dieses Spiel ist die extrem... Lahm. Leider. Das ist... Einfach ätzend irgendwie. Deswegen, wenn immer Maroccola sind, gibt es einfach nur die Grafikkarte äh... Geschollt. Weil jetzt lustigerweise gibt auch hier so ein kleines Warnzeichen, so ein... So ein... So ein... So ein Symbol. Und dann hier... Tibio halt, ne? So eine Grafikkarte. Ja, die Grafikkarte ist am... Am abkutzen gerade. Ja. Das weiß ich auch. Wo ich schon mal dieses eine... Äh... Tool benutzt habe. Ghabt hab. Hm. 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 Die Dinger reichen nicht, ne? Und die... Die sind echt... Achso, weil ich schon so extrem schräg bin... Komm ich quasi ja nicht so... Ganz krass... Oh. Oh. Ich hab jetzt... Die... Jetzt haben wir was gemacht. Wollte ich nicht. Und die hatte ich die ganze Zeit auch so rum. Hm. So schaut ja unser Teil aus, ne? Sieht irgendwie sehr, sehr... Professorisch aus. Das Ganze hier. Das reicht aber eigentlich. Hm. Das müsste reichen. Ich hab grad grad gedacht, um diesen Haustoff zu welch einzubauen hier bei dem Schiff. Lohnt sich irgendwie, nenn ich nicht so. Ähm. Oh. Die schießen bestimmt auf... äh... auf diese... Ähm... auf diesen... Ja. Wie ist das gleich? Diese... komischen... Äh... Äh... Diese Spinnen oder diese... Oder diese Hunde da. Die es hier gibt's. Hm. Wenn ich so seh, bin ich extrem schräg. Äh... Also ich... Äh... 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 Die... Die... Hinteren Düsen, die müssen schon übelst die Kraft aufwenden. Ähm... Das ich nicht... Ab... Dings... Deswegen... Ich wollte ja noch... Hm... Man sieht das halt gar nicht, dass es hier so ein Berg ist. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Hm. Das ist schon krass. Das ist das ganze Gewicht eigentlich. Auf... Vier... Wenn man auf... Acht Düsen hängt. Hahaha. Es ist... Ah... So groß ist das Schiff gar nicht. Wenn ich weiter höher komme, dann... Also das... Schaffe ich. Also meine... Meine Aufwärtsposition... Die schaffe ich relativ gut. Nur leider nicht die... Die Geschwindigkeit so nach unten. Hm... So... Ich kann leider auch nicht nach vorne gucken so richtig. Hm... Ich versuche nämlich jetzt nur Schmut zu machen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ich steigte nach oben. Ähm... Aber gleichzeitig gehe ich auch nach unten mit meiner Nase. Das ist quasi die Geschwindigkeit. Äh... Noch schneller... Bewerkstelligen kann. Gucken wir mal. Bin ich ja fast gerade, ja? Dieses Zeichen da... Daher... Heißt das echt das, wo ich dann hinziele oder was? Dieses... Wo die... Wo die Meter dann stehen. Hier die tausend... Die Höhenmeter. Das sagt ja... Ähm... Wie welchen Grad ich gerade... Abweiche. Von... Der Schräglage. Von meinem Schiff. Genau wie auf der linken Seite. Dieses kleine Fenster. Äh... Das... Manchmal ein bisschen verwirrend. Aber das sagt nicht wie ich... Äh... Nach vorne und hinten. Da die Schräglage. Das steht leider da nicht. So. Ich warte mal schneller. Das ist top. Top notch. Haha. Ähm... Überm Berg quasi. Schon cool. Sag mir die... Die Höhenanzeige... Von dem... Wie weit ich jetzt von Erdboden weg bin. Ne, aber nicht vom... Vom... Vom Erdboden Zero. Sondern einfach nur von der Oberfläche. Das wäre dann... Fast schon schmuten. Hm. Okay. Wir können ja mal die Geschwindigkeit... Äh... Wir können ja das bissl... Angucken hier. Wir driften nach links, oder? Äh... Kann man da reinfallen? Guck guck. Und weg. Nicht? Ha. Ich glaub, da fehlt noch was. Ich glaub, da fehlt was. Ähm... Ne, ist ein Simon, ne? Moment. Ich sieh's halt so grad nicht. Und das so ist? Das ist so. So? Ne. Das ist alles klar. Bkarriお願いします. Du, zwei, drei, drei, vier escolä, vier. Jetpack an, so, ich muss mal außen gucken, so, ja, guck hier, was hab ich denn da angebohlt? So, das durfte jetzt exakt sein, tja, warum das Feuer weg war, weiß ich zwar nicht, aber, hm, das Ding sagt ab, why, es ist zu schwer, boah, das sackt echt ab, das Ding ist zu hoch, zu schwer, oder, ich muss mal gucken, hm, nicht spannend ist, wie jetzt diese Folge passiert, ne, leider, um, du, 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 außer ein bisschen Aussicht genießen, Ach, wo man jetzt nicht so viel sieht. Sieht man echt nicht viel, ne? Wenn ich diese Schräglage nehme, dann einfach nur... Ja, ich nehme selber Geschwindigkeit auf. Hm. Aber das Headquarter wollte ich eigentlich nicht... Eigentlich wollte ich da jetzt nicht hin. Ui. Da ist jemand online, sehe ich gerade. Ähm. Während der hier absteigt, ne? Und ich gleichzeitig so ein bisschen nach oben fahre. Fliege. Guck mal. Der macht lustige Dinge. Ich wüsste echt gern, wie... Ob ich jetzt hier... Ja. Ich bin schräg. Gott. Gott. So, wenn ich diese Schräglage jetzt nehme... Hm. Das geht immer noch. Ich... Vor allem, ich... Tritzen. Wo sind die aus? Hä? Sind sie da? I don't know. Ähm. Ähm. Ne, da bin will ich eigentlich nicht. Ich will nicht, äh... Dass die... Auf mich schießen können. Ich seh's ja da unten, ne? Das ist ein richtig krasses Ding da. Das hab ich schon mal von Weitem gesehen. Hm. Okay. Die Folge nehme ich in einfach Hinflug. Und dann passt das schon, oder? So. Oh, 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 fuck, fuck. Ach du Scheiße. Ich bin zu schnell. Ich bin viel zu schnell. Ähm. Heute. Warum? Oh. Hat für ne Schräglage. Okay, da hinten ist es, Hauptquartier. Und ich mach erstmal ne Aufnahmepause, sonst ist es hier echt zu krass. Ich bewege mich nicht mehr, ne? Gut, gut. Aufnahmepause. Und wir sehen uns gleich wieder in die nächste Folge. Tschüss.